Das sieht schon etwas besser aus. So, dann hoffen wir mal, dass es jetzt besser läuft. Immer diese technischen Probleme. So, dann gehen wir mal. 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 Nein, Mist. Das wollte ich jetzt nicht. Ui, Bevel. Moin, wie geht's? Ja, gut und dir? Jo, müde ich. Also, ja, besser geht's nicht. Noch ein Zehnerpool, dann habe ich wieder Pity auf Waffenbanner. Hat mir auch gefallen. Vielleicht habe ich Glück und das bis jetzt, ohne einen Extrazent ausgegeben zu haben. Außer halt, die sind für bei Europass. Ich bin stolz. Ich will aber nicht nochmal zu Linien verlieren, bin ich dir ehrlich. Also, wenn, wenn ich verliere, dann bitte gib mir irgendeine Standardwaffe, bitte. Die ich noch nicht habe am besten. Bitte nicht, nee, ich kann nichts damit anfangen. Warum bist du eigentlich alleine in dem Call? Warum bist du nicht hochgekommen zu uns? Ach, ich habe nicht gesehen, dass ihr noch in, ähm, unteren Call seid. Wie sind wir, siehst du den Event Call überhaupt? Ich weiß es nicht, ich glaube, du musst dich in das Event hingemeldet haben, oder nicht? Ah, das kann gut sein. Ich hatte mich nicht fürs Event angemeldet. Dafür stehe ich nicht. Ah, okay. Nein, guck, ganz oben ist halt der Event Channel. Da ist auch, ganz oben steht auch Live Note. Ich weiß, ob du das siehst. Äh, doch, ich... Da kannst du aktuell den Voice Channel. Ah, okay, ja, kein Problem. Ich komme direkt. Ich will jetzt nur noch den Bossplatz nachher. Okay, great. Ich sage, ich sage Mami, komm Bescheid, dass du schiebst nicht, dass ich noch schüchtern werde. Hm, 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 hm. Okay. Okay, great. Okay, Tara. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, da kommt bei mir Wasser raus. Lol, okay. Ich habe diesen Brunnen nur auf höchstes Level gemacht. Mehr habe ich nicht gemacht. Auf höchstes Level gemacht. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja, okay. Mache ich auch gleich fünf Minuten. Ich bin fertig. Warte. Also fünf Minuten in ein paar Tagen, meine ich. Wochen. Aber jetzt habe ich den Brunnen freigeschaltet. Bei Level 10 kriegst du... Hier in Sumerdo war doch auch einer. Wo war denn der? Der war, glaube ich, irgendwie unterirdisch oder nicht? Our Nava Quest. Nee, nee, das war der Baum. Hier in dem Gebiet gab es auch nochmal was zum Abgeben. In dem neuen Gebiet da, was kurz vor dem Tank kam. Ah, ja, das ist bei diesem einen... Teleport-Point. Diesen einen? Welchen? Der so ein bisschen Untergrund ist. Nee, der noch nicht aktiviert ist. Der hier? Nee. Der führt zu Fontaine. Ah, sehe ich gerade. Der, wo oben drüber eine Statue ist... Nee, der geht zum Boss. Nein. Wo eine Statue oben drüber ist. Das hier? Vielleicht? Und... Nicht die Statue. Rechts davon. Der nicht aktivierte Teleport-Point rechts von der Statue. Der da? Der Untergrund ist. Ah, den. Ja. Jetzt habe ich es gefunden. Gut. Achso, und bei Level 10, bei dem Brunnen in Fontaine, kriegst du zwei Wünsche. Also für den anderen Wanner. Ja. Oh, okay. Level 10. Na, dann muss ich Fontaine ein bisschen... Das könnte ich nebenbei machen. Ich könnte Fontaine ein bisschen abfahren. Also hier. Absammeln halt. Du kriegst bei Level 10, bei Level 20, bei Level 30, bei Level 14, bei Level 15. Diese Siegel sollte man eigentlich nicht so schwierig bekommen. Bei Level 5 kriegst du ja so eine Krone, bei 6 normale Bücher und sowas halt. 7 nochmal normale Pools. Ja, und das zieht sich halt so durch diesen ganzen Dungeon durch. Also nicht anhören. Ich weiß, ich glaube, der Brunnen funktioniert bei mir noch gar nicht. Oder was das hier war. War das hier? Das war doch hier, ne? Ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Ich habe den nie wirklich benutzt. Ich weiß nur, dass es hier irgendwo einen gab. Okay, 55 Wünsche. Hast du? Ja. Limited oder? Limited. Aha. I want to see you pool. Ich muss warten, bis Shadow darf. Oder eher mehr. Ich habe vor, bis dahin zu warten. Wir haben viel Spaß, so lange zu warten. Ich wäre verrückt geworden, bin ich dir ehrlich. Also mir war das schon genug, die ganze Zeit zu warten. Ich hätte die ganze Zeit poolen können, so. Ich war ab und zu mit meinen Gänchen drin. Ich hätte die ganze Zeit poolen können, so. Aber ich glaube, ich hätte dann in meinen Klassenraum zusammen geschrien, hätte ich alle Kino bekommen. Nee, ich habe vielleicht nicht mehr. Wir waren fast den ganzen Tag eigentlich nur im Computerraum. Ich glaube, die hat mich auseinandergenommen, wenn ich da auf einmal anfange rumzuschreien. Ich glaube, ich hätte instant Kündigung bekommen an der Schule. Instant Rauswurf. Okay. Ich habe keinen Grundraum oder ähnliches, was ich noch aufleveln kann. Nebenbei gesagt, schreibe ich sogar gerade aktuell Bewerberunnen. Und maybe nimmt mich einer an. Dann habe ich Money. Und dann kann Gänchen so viele Charakter releasen, wie sie wollen. Äh, was, was? Nein, nein. Ich gebe natürlich mein Geld nicht für sowas Unnötiges aus. Ich brauche, ich brauche den Job, äh, in Dings, wo Bewerber lebt. Dann wäre ich rich. Aber es geht leider nicht. Sad. Du kannst für mich Fake-Luxemburger-Ausweis klären? Du kannst als Deutscher hier in Luxemburger arbeiten. Das geht? Das geht. So lange du freundlichst nicht ganz. Noch was sagen? Ich freunds gar nicht. Und give me a minute. Ich bin Profi-Franzose, ihr wisst nur noch nicht. Ich habe ein Wort, was ich auf Französisch kann, was ich sehr gerne sage. Je ne sais pas. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Beppe, was bedeutet das? Ja, das, was sie gesagt hat. Ich weiß es nicht. Ach so. Ja. Ach so. Ich dachte, du weißt nicht, was du sagst. Okay. Ich fand das halt immer lustig. Ich habe dann so andere Leute gefragt, was das heißt. Und die haben alle gesagt, ich weiß es nicht. Ich so richtig. Ich fand es immer wieder lustig, die Leute dabei zu beobachten, wie sie reagieren. Ich habe es nicht verstanden, was du sagen wolltest. Ich habe es nicht verstanden, was du sagen wolltest. Ich he. Ich he. okay. Das ist das anderer Wort in der Mitte, was du da sagst. Ich. Und ich kann sagen, wie ich heiße Leider funktioniert meine innere Google-Stimme nicht mehr Ich kann leider nicht abhören Jim Maffel Das heißt, ich bin Nee, ich heiße Oder ich heiße Ich kann sogar in Japanisch Das kann ich auch Ich kann sogar in Japanisch Ich kann in Japanisch Ich kann in Italienisch Wollt ihr Italienisch an? Ich kann diese Dinge abgeben Bebo, komm ist dein? Wie geht es dir? Ja, ja, das seht ihr Seht ihr Ich kann alle Sprachen, ihr wisst noch nicht Ich habe für euch geingehalten Ich kann sogar Ugandisch Ist das Google Translator, was du verwendest? Nein Das ist mein Kopf-Translator Spanisch Spanisch Spanisch? Easy Was willst du hören? Was soll ich sagen? Wann bist du? Wie 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 bist du? Bien, bien Wie bist du? Hallo? Ich habe vergessen, was Assista heißt. Geh, Assista! Ich habe vergessen, was Assista heißt. Ich habe noch drei Quests, die ich noch nicht gemacht habe. Das ist ein Wunder. Ja, echt oha. Ich meine, das heißt drei mehr Quests, die ich machen kann. Aber ich weiß, dass diese Woche ein Kontakt von Pain bekommen hat. Der Beppo. Ja. We get it. Ja, du warst sehr nah dran mit dem Luxemburgischen. Ah, wie heißt das, wie heißt das? We get it. 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 Das spricht so, als würde jemand Deutsch sprechen, der kein Deutsch kann. Der ist gerade am Lernen. So hört sich loxenburgisch an. Ein bisschen. Es geht mir gut. 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 Echt ruhig, ja, alle Kino. Hast du verstanden? Ja, das habe ich schon verstanden. Habe ich es gut ausgesprochen, oder? Ja gut, du hast das Akzent nicht, dafür hört es halt komisch an, aber im Großen und Ganzen, man versteht es, manche Wörter muss man halt sehr achten, da im Luxemburgisch, also Luxemburgisch hören ist einfacher zu verstehen, als wenn man es liest, also das Lesen von Luxemburgisch ist richtig schwierig für viele. Wie heißt es denn richtig, also mit deinem Akzent? Also ich und ich gerne. Ha? Ich und ich gerne, Ali Kino. Ich und ich gerne? Ne, jetzt bin ich verwirrt. Ich und ich gerne. Ich und ich gerne, das heißt, ich hab dich lieb, oder gerne. Ah, ah, das siehst du. Mein Luxemburgisch kann ich auch fließend, wie man hier sieht. Aber es sind auch sehr viele Wörter beim Luxemburgisch, die haben drei, vier oder fünf Bedeutungen, die erkennst du aber nur anhand vom Kontext, vom Satz. Okay, also im Prinzip, das ist das gleiche Wort, aber nur der Satz verändert das sozusagen. Richtig, die werden auch gleich geschrieben. Das haben wir in Deutsch eigentlich auch. Ich weiß nicht, mir fällt noch kein Wort ein. Das Ende vom Brot. Nein, zum Beispiel Aas. Das Aas für Essen und das Aas für das verfaulte Fleisch. Ja, genau. Aber nee, ich meine gerade so mit das Ende vom Brot, die Gassen hat das in Deutsch einfach so viele Wörter. Wie meinst du? Jetzt müsstest du mich aufklären. Oder wie nennst du dieses eine Randstück vom Brot? Achso, äh, Brotrand. Ja. Kenner. Ja, es gibt doch das, Leute, die Gassen ist so komplett anders. Es ist doch Brotrand oder nicht? Wie soll es denn sonst heißen? Die Frage. Ich krieg mehr von so ein. Ah, du meinst, äh, das was du meinst, sind, äh, dass man mehrere Synonyme benutzt für das, äh, gleiche, äh, für die gleiche Sache. Ja. Bebo-Deck, der, der ist alt, der kennt sich besser aus. Nein, jetzt bist du der alte Bebo. Das bin ich schon. Sonst bin ich immer der Älteste. Also, ich bin es gewohnt, überall der Älteste zu sein. Ja, ich, ich fast auch. Das liegt aber auch daran, dass sehr viele aus meiner Altersklasse, die früher zum Beispiel mit mir jeden Tag gezockt haben, sobald man die 30 erreicht, die schämen sich dafür noch zu zocken verschieden. Wo ich mir dann sagen, ey, Jungs, also nur weil dein Hobby, weil du glaubst, dein Hobby wäre nicht altersgerecht, ist kein Grund, das jetzt nicht zu verheimlichen. Das ist ja nichts Schlimmes. Ja. Und sowieso finde ich, zocken ist, äh, werde ich auch noch im höchsten Alter noch spielen. Also, alles gut. Ich hab mal schon mal jemand gesehen, der war, der hat Genshin gespielt und der war über 60. Also, alles gut. Mein Vater, bevor er starb, hat noch, äh, Tetris nonstop gezuckt. Okay, da muss man aber auch sagen, Tetris ist wirklich auch so ein Spiel, was ältere spielen. Hey, ich spiele es auch sehr viel. Ja, das ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht so ein Game, was jetzt, wo man sagt, wow, das spielt jetzt älterer, weißt du? Ja gut, aber du... Bei Call of Duty, weil, ehrlich, der Call of Duty, wenn da so ein Interamant das sogar auch noch gut kann, dann würde ich sagen, wow, den. Das liegt aber von der Generation aus. Äh, also, ich sage, ich werde später auch noch immer machen und solche Sachen im Alter spielen, aber da werden, äh, schon längst andere Spiele auf dem Markt sein, wo die jüngeren Spiele, wo mich nicht interessieren werden, im späteren Alter. Und, äh, so war es das auch für meinen Vater. Mein Vater hat angefangen mit zocken in den, äh, frühen 70ern. Äh, und diese Konsole, mit der bin ich auch aufgewachsen, habe ich auch, äh, wie blöd gezockt. Und, äh, dafür, es hat wirklich generationsbedingt. Ich denke, sehr... Wenn wir noch, äh, im hohen Alter League of Legends spielen, dann denken unsere Kinder, äh, was stimmt mit dir nicht? Das ist über alt. Mein Kindheitsspiel war wirklich entweder die ganzen Lego-Spiele, aber da gab es halt nicht ein Spiel speziell, sondern eigentlich allgemein die... äh, wie soll ich sagen, dieses... diese Kategorie Lego-Games und... ...Minecraft. Minecraft war... Ja, aber, äh, da zum Beispiel, ähm, kann ich dir jetzt schon einen Generationenunterschied sagen. Also, wenn ich vom Lieblings-Lego-Spiel spreche, spreche ich von Lego Island. Das ist ein Spiel von 1994. Davon hast du mal erzählt gehabt? Ja. Ja. Also, mein Lieblings-Lego-Spiel, ich glaube, es war sogar Lego Star Wars 3. Das habe ich am meisten gespielt. Mit Legos Super Marvel Heroes, was weiß ich, wie das hieß. Ich habe keine Ahnung mehr. Auch den zweiten Teil war das, glaube ich. Und den ersten, ich weiß es gar nicht mehr. So, danach von den neueren Lego-Spielen hatte ich Lego-Indiana-Jones und Lego-Batman gezappt. Oh, habe ich auch gespielt, beide. Lego-Indiana-Jones hat sogar noch einen Kumpel vor kurzem gespielt. Das ist jetzt nicht ganz kurz, sondern vor so einem Jahr oder so. Aber gut, die Games sind auch geil. Jaja, und, äh, es gibt immer noch so ein Meme zwischen uns, weil da irgendeine Schneeregion ist ja einfach irgendwo ausgerutscht, wo man eigentlich nicht ausrutschen kann. Und dann ist es einfach runtergeflogen, so. Und das ist mitten an einem Live-Stream. Das ist von Insta-Clip gemacht und, ja. Der hasst uns dafür. Ich glaube, ich habe noch nie Lego-Spiele gespielt. Ich habe nur Lego gebaut. Besser, das war bei mir auch der Fall. Ich bin gleich wieder da. We're back. Apropos, Miko, wollen wir gleich nochmal den Alekino-Bus machen für mich? Ja, ich mache nur noch kurz diesen einen Teleportpunkt frei. Alles gut, ich bin eh kurz weg. Kannst du den noch schnell holen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Das war's für heute. Hallo, klingt der da? Jo. Nico, wie sieht's bei dir aus? Bist du fertig? Ich bin immer noch nicht angekommen. Hinzukommen ist mega beschissen. Okay. Soll ich auch mal kurz in der Welt vorbeischauen? Ist das eine ewig lange Katzene, wenn ich in die Welt komme? Bin ich da auch gefangen irgendwie oder so? Oder kann ich uns dann auch wieder rausgehen dann? Du kannst auch wieder rausgehen. Du wirst ja so Dinger, die so bahlartig aussehen, finden. Die machen auch das Herumreisen einfacher. Boah, ich bin so zufrieden, dass endlich dieses Loch gefüllt wurde. Das bereitet mir so inneren Frieden. Mhm. Oh, jetzt hab ich sogar mal so ein Ding in der neuen Region. Actually, die hat sogar Huyo was richtig verkackt in der interaktiven Map. Und zwar, die neue Map hat nicht mal einen Namen, geschweige denn im Bild. Da ist einfach nichts. Also, Huyo was hat er richtig verkackt, Huyo. Also, ich seh grad, ich hab zweimal Beppo-Stream auf. Das geht bei mir ab. Ja gut. So kann man auch Performance verbrauchen. Ja, danach sagst du, wie der es leckt. Actually, funktioniert alles bei mir diesmal. Also, hier, guck mal mein Team ein, Beppo. Guck mal. Gute Karte, würde ich sagen. Ja. Auch schöner Name, muss ich sagen. Gefällt, ne? Kannst du diesen Namen mal vorlesen? Oh, das scheint die in der Web zu sein. Oh, was ist das? Das ist eine Bahn. Warte, 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 warte. Barrel Conch. Was ist das? Okay, ich hab den ersten Teleporter. Ich find's aber auch lustig, dass wir alle verschiedene Games spüren. Zumindest bei Wom-Stream am Tower of Fantasy. Ja. Warte, ich wollt ja nochmal reingucken. Was nicht grad so schön ist. Ah, Rüstungsverbesserung. Ja, ich hab jetzt nochmal die andere Sache noch aufgebessert. Hab jetzt auch der weiteren Level auch erhöht. Hm. Ich hab das meistens immer höher gehabt. Welche Stufe hast du jetzt? 100. Kannst du locker, ja, ich wollt grad sagen, kannst du locker auf 100 gehen. Ja, ist... Und du warst, gestern warst du 60.000 von der Kampfstelle, jetzt bist du 80.000. Ja, jetzt bin ich aber 80.000 schon. Not bad, not bad. Jo, weißt du wieso ich auf Plotin noch spielen kann? Ziehen kannst, meinst du? Ja. Weil sie noch da ist vielleicht, keine Ahnung. Ne, wegen diesen 105 hier. Stimmt. Hol dir Plotin. Aber ich bin mir unsicher, dafür wollte ich dich noch fragen. Weil die, wo auch in mein Team passt, ist nämlich sie. Äh, ja. Miau, jau, ja. Weil sie ist auch ein, äh, Physik, äh, Feuert, äh, Charakter. Von der Stärke her ist Plotin besser, aber wenn sie dir gefällt, ist sie auch eine gute Wahl. Das ist dann dir überlassen. Also auch PvP-mäßig Plotin, von der Stärke her auch Plotin, aber wenn ich das Damage nicht so krass juck, dann kann es eigentlich auch auf die andere gehen, wenn sie dir besser gefällt. Also vor dem Gameplay gefällt mir Plotin besser, ich hatte die zwei Waffen gestern getestet. Ja, dann nimm ruhig Plotin. Die ist aber Feuer, ne? Plotin ist Feuer. Äh, ja, äh, ne, beides. Physik und Feuer. Aber meistens Feuer, ey. Ja. Kannst halt auch mit Physikwaffen kombinieren. Wie gesagt, Plotin kann ich gut empfehlen, weil die auch für PvP absolut OP ist. Du musst bedenken, du kriegst die in PvP immer C6. Das heißt, du hast alle Abilities auch von der Falle geschaltet, also die ist da echt, ja. Ich hasse es, gegen sie zu kämpfen. Wenn du keine Greifhaken hast, dann bist du am Arsch. Also wirklich, du bist am Arsch. Ja, du fliegst da andauernd um deinen Gegner hoch. Ja, du fliegst einfach nur hoch. Und der Gegner kann nichts mehr machen, wenn er keine Greifhaken hat. Und falls Greifhaken hat, dann kann er noch hochgehen. Es sei denn, du weißt aus, dann ist es auch wieder ein Arsch. Also Plotin habe ich auch. Die hat mir zum Beispiel auch sehr viel Spaß in diesen Abyss gemacht. In dieser Abyss-Variante halt von Tower of Fantasy. Da war ich sogar, mit Plotin habe ich sogar Platz 1 geschafft in meinem Ranking. Also ich war da Top Nummer 1 in dem Ranking, mit Plotin sogar geschafft. Mit Plotin habe ich auch schon gekauft. Was ist das Rote hier? Kannst du die Sachen sammeln? Okay. Das war Rote. Das war Rote. Rote Kristalle kannst du sammeln in der Art wie beim Baum halt, wenn du da die Sachen auffüllst. Geh in den Dragonsbein, den Baum da. Okay. Habe ich mir bisher noch nicht wirklich angeguckt. Also ich denke, dass es das ist. Es wird halt mir so markiert. Wo sind denn hier der Teleportal? Ist der oben oder was? Stimmt, muss noch Daily machen. Ja, welcher Bus? Oh gut, der geht. Was ich halt mega schade finde, ist TowerFanys hat richtig verkackt bei der Playstation-Version. Warum der Publisher so Auge gemacht hat. Ja gut, dann lass es zum Boss gehen. Ich war ja gerade nur am Teleport einsammeln, weil du jetzt noch nicht da warst. Aber jetzt bist du ja da. Teleport wurde eingesammelt. Was ist das? Okay, ich hab auch da. Ja, das sieht richtig geil aus. Mal. Achso, du hast ja auch diese Schreine hier, wo du auch gute Chests bekommst. Also ich muss sagen, ich finde hier die Unterwasserwelt sieht einfach einzig aus wie TowerFanys. Die Unterwasserwelt. Ich finde, hier gibt mir richtige Vibes davon. Oder was sagst du, Bebo? Das sieht auch wie TowerFanys, oder ne? Ich finde die von Miho, die ist viel belebter. Findest du? Ich fand beide gut. Aber die gibt mir gerade richtige TowerFanys. Sie bleibt mir in den ganzen Leuchten dann hier auch. Ah, was ich hier gefunden habe. Nicht rein. Ah, da bist du ja schon. Du hast sie schon gefunden. Und die geben die auch dreimal. Okay, ich hab null. Ja, clever mind. Die stehen wir dann, die die nicht öffnen sollen. Na egal, ich bin jetzt erstmal zurück. Von dem Brunnen bekommst du ja auch die Schlüssel dafür. Für die Domains. Es gibt manche Domains, da gibt man die. Ich weiß nicht, ob das in Fontaine auch so ist. Ja, das ist auch so. Ich muss halt nur diesen Special Domain finden. Was mich noch ein bisschen nervt ist, dass die Fontaine, äh, das Fontaine, was da heller ist und was, was da runter ist. Das ist, weil man in Fontaine Wasser ja, du kannst das spielen, ja. Ja, du kannst das spielen, ja. Atmen kann oder schwimmen kann generell. Und in dem anderen Wasser nicht. Obso hat man andere Ausdauerbarung und so weiter. Ja, genau. Ja, genau. Ich muss mal zum. Die Barmen sind so komplett unterschiedlich aus. Egal. So, dann ab zum Boss. Wie kämpft man eigentlich denn alle Kino-Boss? Muss ich da die Story hier weiterspielen, oder? Ich glaube, ich hab ihn selber noch nicht. Oh, guck, Wendy hat ja vorhin schon gegen den gekämpft. Oh, jetzt mal gegen die Gegend. Also man muss das wahrscheinlich Team machen. Also ihre Storytap. Allerdings gibt es auch was, wo man das schon vorher freischaffen kann. Ne, mein Wanderer ist gehuilt. Ich glaube, ich habe kein Diorer-Icon. Also man kann alle Kino schon, äh, den Boss vorher machen, bevor man sie freigeschaltet hat. Wo ist denn der Boss überhaupt? Also. Äh, das ist bei denen... Wenn du ganz normal auf Domain gehst. Ach, das ist ein Domain. Ja. Und da kannst du diese einzelnen Domains, äh, schon mal freischalten. Ich muss echt mal hier alle Domains auch freischalten. Was haben die neu gemacht? Du kannst deine Custom-Marker jetzt ausmachen, ne? Welchen? Du kannst doch so Custom-Marker machen, die du selbst platziert hast. Du kannst ja so ausmachen. Ja, hab ich auch gesehen. Das ist neu, ne? Es gab damals, gab es nur dieses Player-Unter-Main-Only, soweit ich weiß. Ich weiß jetzt mal, was von welcher Geisten der von allen Kino-Unter-Main... Das müsste der ganz Letzte sein. Das ist der Letzte. Um das in Co-op zu machen, braucht man eine erste Story. Oh, du kämpfst ja schon. Oh, du kämpfst ja schon. Und da stimmt nicht, irgendwie ist dein Kunstdruck nicht da. Egal. Drei bekommen, ja war ja klar Immer drei Das heißt noch zweimal Den Boss und dann kann ich Weiter upgraden Ich hab zwei bekommen Hast du geöffnet? Hast du geöffnet Weil ich Kein Bock habe Auf mein Account zu wechseln Und die ganzen Dinger da nochmal zu machen Kann dir leider noch nicht helfen Ja Deswegen mache ich jetzt erstmal Hier mein Resin fertig Ich bin schnell aufgelernt Und nachdem ich hier mein Resin fertig habe Muss ich noch Shadows Account machen Ja, da kann ich dir leider auch nicht helfen Äh, ja Ich kann dir aber auf dem zweiten Account helfen Da funktioniert's Ja Aber ich glaube ich finde jetzt auch wieder zweiter Account Ich glaube ich finde auch wieder zweiter Account Denke ich mal Um halt Sachen zu farmen So halt Inzwischen brauche ich diese Blumen für alle hin und ich habe keine mehr auf meiner Map So wäre das halt gut Aber das lustige ist Ich muss jetzt erstmal Fontaine überhaupt freischalten Bis ich überhaupt Da hinkomme Ja, das dauert ein bisschen Nach Monster Wird von Fontaine freigeschaltet Nach welcher Quest? Nach der Monster Achso, okay Na, wenn ich einen anderen Account wieder machen würde Würde ich auch da einfach nur alles durchskippen Ich würde eigentlich eh nur die Map aufdecken Und die Dailies die ganze Zeit machen Mehr würde ich da nicht machen So wie halt auf dem Account, wo ich gerade spiele vorher Also ich werde da jetzt nicht krass drauf sweaten Dass ich mir da jetzt 24-7 da jetzt irgendwelche Äh Artefakte farme Sondern ich werde das einfach nur so nebenbei machen Und dann mal gucken, wie weit ich da mitkomme Bis ich dann an einem höheren Punkt bin Wo ich sage, ja, da kann man schon auf Artefakte dann gehen Sowieso muss ich ja dann erstmal bis 45 spielen Damit ich überhaupt erstmal ein goldener Artefakte rankomme Zumindest an dem besten Dude halt Ja, ich habe fast einen Pool wieder erspielt Im Pool ist den und dann brauche ich noch 10 Pools So müsste das gewesen sein Oder nicht Egal Morgen werde ich es sehen Jetzt spare ich mir die Pools erstmal Weh, ich bin so unluckig und bekomme nochmal Linné oder verliere Verlieren 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe noch einen alten Genjin-Server, aber ich glaube, der kann eigentlich auch weg. Ich fand das Icon nice, mir gefallen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020